Nach dem Auftreten einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien kappt Belgien seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich. Flug- und Zugverbindungen aus Großbritannien würden ab Mitternacht gestoppt, erklärte ein Regierungsvertreter in Brüssel. Ministerpräsident Dekro sagte im Fernsehsender VRT, die Aussetzung würde für mindestens 24 Stunden gelten. Man hoffe, bis Dienstag mehr Klarheit über die neue Virusvariante zu haben. Zuvor hatten bereits die Niederlande ein Flugverbot verhängt. Auch Deutschland prüfe einen solchen Schritt, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium. Der britische Gesundheitsminister Hancock sagte der BBC, die neue Variante des Coronavirus sei außer Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist die kürzlich entdeckte Mutation um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Nach Angaben des Virologen Christian Drosten ist die neue Coronavirus-Variante in Deutschland bislang nicht entdeckt worden. Der Handelsverband Deutschland hat sich gegen den Vorschlag ausgesprochen, Pakete von Onlinehändlern mit einer Abgabe zu belegen. HDE-Hauptgeschäftsführer Gens sagte, eine Paketsteuer träfe auch viele heimische Onlinehändler, die korrekte und pünktliche Steuerzahler seien. Zudem wäre es ein Währendienst gegenüber den stationären Händlern, die sich ein Online-Standbein aufgebaut hätten. Nötig seien vielmehr bessere Kontrollen, um sicherzustellen, dass auch bei Lieferungen aus Fernost die hiesigen Regelungen für Produktsicherheit und Steuerzahlungen eingehalten würden, so der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Der Vorschlag für eine Paketabgabe war aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gekommen, die mit dem Geld die Innenstädte unterstützen will. Eine IS-Rückkehrerin aus Syrien ist bei ihrer Ankunft am Flughafen Frankfurt am Main wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Der Generalbundesanwalt wirft der jungen Deutschen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor. Außerdem Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und einem Verstoß gegen das Waffengesetz, wie die Behörde mitteilte. Die festgenommene Frau soll im März 2015, als damals 15-Jährige nach Syrien gereist sein, sich dort den IS angeschlossen und einen Angehörigen des Geheimdienstes der Terrormiliz geheiratet haben. Gemeinsam mit ihrem Mann soll sie zeitweise eine jesidische Frau als Sklavin gehalten und diese weiterverkauft haben. Das Auswärtige Amt bestätigte die gestern bekannt gewordene Aktion zur Rückholung von drei Frauen und zwölf Kindern aus Lagern in Syrien nach Deutschland. Angaben zu einer mutmaßlichen IS-Vergangenheit der Frauen machte das Auswärtige Amt aber nicht. In Nigeria hat es erneut einen Versuch gegeben, Schulkinder zu entführen. Nach Angaben der Polizei konnten nach einem Feuergefecht mit den Kidnappern alle 80 Schüler befreit werden. Nach den Tätern wird gesucht. Ort des Geschehens war eine Koranschule im Bundesstaat Katsina. In derselben Region waren vergangene Woche mehrere hundert Kinder aus einer Schule entführt worden. Sie sind inzwischen wieder frei. Unklar ist, ob dabei Lösegeld gezahlt wurde. Die Entführung vor einer Woche hat die islamistische Terrorgruppe Dukoharam für sich reklamiert. Nepals Präsidentin Bandari hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Sie sollen in zwei Wahlgängen am 30. April und am 10. Mai 2021 stattfinden, wie offiziell mitgeteilt wurde. Die Präsidentin entsprach damit einer Entwählung von Premierminister Ohli. Vorangegangen war ein Machtkampf in dessen regierender kommunistischer Partei. Im Biathlon hat Olympiasieger Arndt Pfeiffer den ersten Weltcup-Massenstart der Saison gewonnen. Er setzte sich im österreichischen Hochfilzen gegen den Schweden Martin Ponzilwoma durch. Pfeiffer absolvierte das Schießen ohne Fehler. Für den 33-Jährigen war es der zehnte Weltcup-Sieg seiner Karriere und der erste im Massenstart. Das Wetter meist dichte Bewölkung und zeitweise leichter Regen im Nordwesten, Auflockerungen und nur einzelne Schauer. Im Süden und Südosten leblich trüb und trocken, Temperaturen bei 2 bis 12 Grad. Morgen von Westen her aufziehende dichte Bewölkung und einsetzende Regen. Sonst Wolkenauflockerungen und nachlassende Niederschläge bei 3 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. Ach, wo packe ich dich denn mal hin? Bin's da unten? Nein. Ach, das sollte ich vielleicht da hin umschalten. Oh, das Schleipat sollte man auch einschalten. Oh, das Schleipat sollte man auch einschalten. The Apple Brew should be ready by now. Looks like it is. Wieso steht sie hier? Das verstehe ich, ne? Ich kann euch nicht heilen. Müsste ich jetzt erst mal was synthetisieren. Hm. 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 So. 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 Können wir denn kochen auch? So. 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 da genug materialien auch das sieht ja gut aus ich glaube ich nehme mal es wäre halt übelste verschwendung obersalat so jetzt haben wir ja nur noch das oder können wir uns ja diesmal richtig eindecken mit mit essen na gut ich dachte wir kriegen noch eins zusammen schade so da haben wir zwei mahlzeiten für unterwegs ach und 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 heilgelumpe ok ok los geht's ok los geht's seid ihr immer noch ach du scheiße ich sollte euch heilen da würde ich hier erstmal fix zeug sammeln gehen da könnt ihr die irgendwie auf sich landen lassen aber ich weiß jetzt nicht ob ich hier einfach nur warten muss ooooh was hat ich denn eigentlich ge... was hat mir ein englisch gebraucht zum synthetisieren ich schätze mal ich wäre gestern bloß ziemlich hinüber gewesen sein dass mich das alles mehr angestrengt hat als es was ist das eigentlich soll denn hm 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 hm